So, wir sind jetzt am zweiten Tag in La Paz auf einem Aussichtspunkt, auf den wir uns zu Fuß hochgekämpft haben und wir gucken mal. Jetzt gehe ich mal ein Stück darüber noch. Der Illumeni in Wolken. Hier haben wir noch so ein altes Kirchentor und dann gehen wir nochmal die letzten Meter. Viele Häuser auf jeden Fall. Gewaltig.